und was geht ab leute willkommen bei mir aufm kann neu zurück ich hatte einen live stream auf twitch und kannst du gerne mit reingucken schaut in den link mit rein wirst du als kleine nebeninfo und wir machen natürlich jetzt noch türchen nummer 15 und ja mal gucken was uns da heute erwartet nummer 15 hammer hier das erste mal etwas reingerissen und wir haben ein milky irgendwas milky habe ich irgendwas gelesen mike and ilky ich glaube die hat es schon mal bei irgendjemandem bei irgendeinem youtuber schon mal gesehen habe glaube ich so was mag ich auch sehr glutenfrei fettfrei der hauptsache heutzutage wenn alles glutenfrei ist dass ja jeder essen kann und das werden wahrscheinlich verschiedene geschmäcker sein ja genau sherry lemon strawberry lime orange also kirche limone erdbeere die mette und orange guck mal rein so sieht es aus so kleine trasche ist ist das mal kurz gucken hab das hier auf der anderen seite noch mal stehen da mhm schmeckt auch geil die schmecken geil die schmecken wenige wie auch wie heißen die ähm die kleinen murmeln nicht smarties sondern die anderen dinge da da komm ich gar nicht drauf wie die schmecken skittles glaube ich genau die sind ein bisschen weicher hier ja schmeckt arg geil auf jeden fall also wieder mal was richtig geiles weinen ist diesmal schön ich habe jetzt gedacht dass das wieder so was hartes ist aber diesmal ist es nicht so und von daher echt lecker genau so meine lieben dann schalt es morgen auf jeden fall wieder mit ein und oder wenn du möchtest hau gerne den link unten mit rein ich bin dann auf twitch online von daher haut rein meine lieben bis bald euer mimi oder bis morgen spätestens euer mimi oder bis bald